Hallo zusammen, in der Sommerpause rückt der Modellbahnbau und die Modelleisenbahn oftmals etwas in den Hintergrund. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Es werden derzeit weiterhin fleißig Aufnahmen für die neuen Videos produziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Michael gibt in Kürze wieder Kniffe und Tricks preis, die sich sehen lassen können. Außerdem werden gerade Aufnahmen von einer sehr großen Anlage, die sich über mehrere Zimmer erstreckt, aufgenommen. Wenn ihr die neuen Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So seid ihr immer als erste dabei, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Geduldet euch bitte noch ein wenig. Es geht in Kürze weiter. Bleibt gespannt. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schandez vor zusammen. Sch attach ein COVID-19 auf. Tschüss. 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 Schall zu essen.